Hi, ich bin's, David, der Doktorand. In meinem letzten Video habe ich ja schon angerissen, worüber ich eigentlich promovieren will. Und es ist inzwischen fast ein Jahr her, dass ich das erste Video hier auf YouTube hochgeladen habe. Und seit damals ist viel passiert. Ich habe Anfang des Jahres noch viel experimentiert und überlegt, in welche Richtung meine Promotion gehen könnte. Das Einzige, was damals schon feststand, war, dass es mit digitaler Lehre und mit videobasiertem Lernen zu tun hat. Deshalb habe ich mich ja auch für diesen YouTube-Channel hier entschieden, um darüber zu sprechen. Inzwischen sind die Überlegungen aber deutlich weiter fortgeschritten und, wie gesagt, hat mein Thema was damit zu tun, wie Qualitätskriterien für solche Lehrvideos ausschauen könnten und wie sich diese in einen systematischen Evolutionsprozess überführen ließen. Das hat den Hintergrund, dass es hier am KIT für die Präsenzlehre, also für jede Vorlesung, für jedes Seminar, für jedes Praktikum, gibt es einen sehr gut funktionierenden Evolutionsprozess. Der funktioniert allerdings natürlich klar mit Papierbögen und geht aber nicht oder sehr, sehr wenig auf digitale Lehrformate ein. Das heißt, es wird dort abgefragt, ob die Lernbedingungen gut sind, ob die das Lernen fördern und unterstützen der Studierenden und das aber nur für die Präsenzveranstaltungen. Und mir fehlt so etwas für digitale Veranstaltungen, für videobasierte Online-Kurse, wie sie ja zurzeit vermehrt auftauchen und immer häufiger produziert werden und gefordert werden. Und genau in diese Nische möchte ich mit meiner Promotion reinspringen und mal schauen, okay, was muss denn ein Video leisten, dass Lernende damit gut lernen können. Also sich damit gut auf Prüfungen, Klausuren vorbereiten können, im Idealfall sogar auf ihr Leben vorbereiten können. Wobei das sowieso, das ist ein ganz anderes Thema, ob überhaupt Ausbildung in irgendeiner Art und Weise auf das reale Leben vorbereiten kann. Letzten Endes will ich eine Art Kriterienkatalog erstellen, anhand dessen man bestimmte Dinge an Videos messen kann, ob es sich denn zum Lernen gut eignet. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich eine Vorlesungsaufzeichnung habe, die 90 Minuten geht, dann ist es bestimmt hilfreich, wenn es da eine Art Übersicht gibt, ein Inhaltsverzeichnis, was ich vielleicht sogar anklicken kann, um zu den entsprechenden Passagen im Video zu springen. Das gleiche Feature, also ein Inhaltsverzeichnis, ist vielleicht für ein dreiminütiges Videotutorial, in dem eine Software gezeigt wird, gar nicht so relevant. Und die Frage ist jetzt, wenn ich eine Art Fragebogen erstelle, in dem ich frage, gab es denn Inhaltsverzeichnisse für die Lehrvideos, kann ich dann diese Frage stellen, egal ob ich eine Vorlesungsaufzeichnung in meinem Online-Kurs habe oder ein kleines, kurzes Tutorial. Oder wenn ich beides drin habe, wie muss ich das gewichten, dass das mir nicht die Ergebnisse komplett verzerrt. Also in die Richtung soll es gehen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es gibt sehr, sehr viel Forschung schon dazu, wie Leute Videos wahrnehmen. Da kommt sehr viel aus der Kognitionspsychologie. Es kommt auch einiges aus der Usability-Geschichte. Das heißt, ist Schrift lesbar? Ist es gut verständlich? Ist die Aufnahmequalität sauber? Hört man mich? Also wenn ich hier spreche, deshalb habe ich hier, man sieht es nicht, aber da oben hängt ein Mikrofon. Also alle solche Dinge müssen damit reinspielen. Und die Frage ist, zu welchen Anteilen müssen die berücksichtigt werden? Und welche sind überhaupt relevant für die Hochschullehre? Das will ich in meiner Promotion kanalisieren und am Schluss im Idealfall, und das ist jetzt auch sehr weit gedacht, so eine Art Empfehlung aussprechen. So, hey, wenn du Lehrvideos machen willst, pass auf, dass das und das und das drin ist. Wenn es Vorlesungsaufzeichnungen sind, dann musst du noch das und das beachten. Und wenn es nur ganz kurze Tutorials sind, kannst du vielleicht das weniger beachten oder weglassen und dafür aber hier lieber einen Schwerpunkt legen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, was ich noch beachten könnte oder worauf ihr bei Lehrvideos achtet, jeder schaut sich ja Videos auf YouTube an, um Dinge zu lernen, schreibt mir doch eine E-Mail, schreibt mir auf Facebook oder Twitter. Ich bin da sehr dankbar für jede Art von Input oder Anregung, die ich von euch bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.